Was geht? Waffe, Bande! Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Spiel. Heute geht's richtig los auf dem Kanal. Hier bin ich ein Like und ein Abo da. Keine Ahnung, was mit mir los ist momentan. Lass bitte ein Like und ein Abo da. Ich hab ein kleines Spiel gefunden. Das ist wie Happy Wheels. Es ist vor einer langen Zeit gewesen. Ich würde einfach mal anfangen, denn hier gibt es eine kleine Story. Und das ist ein Film, den wir uns angucken müssen. Schauen wir mal. Ein Mädchen auf einem Fahrrad. It's beginning to get dark. Ich muss nach Hause. Okay, press any key to skip. Ich will die Story nicht. Ist mir egal. Ganz normale Maustasten. Also es sieht ein bisschen frischer aus. Aber ich bin mal... Da war ein Tor. Wow, 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 wow. Alles gut. Oh, Ball. Alles gut. Okay, warte. Okay, wir können... Es ist im Prinzip wie die Happy Wheels Steuerung. Also alles ist entspannt. Einfach nur Pfeiltasten und dann ist alles fein. Easy. Krieg ich alles gut hin. Krieg ich alles gut hin. Hier fährt doch auch keiner lang. Ich würde doch am Truck vorbeifahren einfach. So, schön hoch. Und du bist ein kleiner Mensch. Kann ich zurück? Happy Wheels konnte mal zurückfahren. Das war noch besser. Yes. Rüber. Weg vom Ball. Hallo. Miau. Zu doof, dass du nicht springen kannst. Natürlich kann ich springen. Wow, 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 wow. Hast du... Ja, Bruder. Was ist los? Erstmal schön einen wegfahren. Wuhu. Wuhu. Keine Ahnung, was ich mache. So. Und über die kleine Box. Dann gehen wir hier rüber. Und dann machen wir den kaputt. Und dann geht's... Was steht da? Different surfaces. Was für surfaces? Was ist das? Ist doch Tomate. Alles ist doch super. Was ist denn er? Oh. Restart. Okay. Was? Ich darf den Boden nicht berühren. Hab aber den Boden berührt. Was wollt ihr jetzt machen, hä? Hab ich eigentlich einen toten Vogel am Rucksack auf einmal? Jetzt geht's. Los. Zack. Oh, Alter. Digga. Okay. Kein Problem. Und hopp. Hey. Ha. Und... Oh, nein. Nicht den Arm. Was machst du denn mit dem Arm? Get the mother fuck. Ja. Wo ist der? Ha. 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 Ho. Nein. 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 Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Und einmal hoch mit der kleinen Luzi. Ja. Ball. Wuhu. Wuhu. Genau wie er das macht. Oh, Jesus. Oh, mein. Was ist das denn? Ist der abgefault? Der Arm. Der ist voll dunkel. Bah. Der ist voll ekelhaft. Warum habe ich jetzt einen Fouling-Arm? Das ist... Wow. Ein UFO. Das ist tatsächlich ein UFO. Geh weg. Mein Rucksack. Wow. Oh, mein Gott. Okay. Cool. Heftige Mission auf jeden Fall. Challenge. Ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Ich würde einfach mal damit anfangen. Das ist eine ganz normale Challenge. Man kann auch tatsächlich Tracks erstellen. Press any keys to start. Ja. Ich hau jetzt einfach mal schön entspannt einen raus. 17 Stu... Ah, okay. Äh. Oh, 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 oh. Chillt doch mal. Warum würden jetzt hier... Oh, 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 oh. Okay. Oh, Gott. Wie komme ich denn da vorbei? Nein, nein, nein. Kleine Steine, kleine Steine, kleine Steine, kleine Steine. Wow. Warum ist die Mucke hier so krass? Yeah. Was geht ab? Ich rapp diesen Tag und sag, was geht ab? Ich bin ein kleiner Hamster und sag, lo, yo. Was geht denn ab? Ich bin, yo, yo. Viele nennen mich Sven. Ich bin Fisch. Yeah. Ich bin aufgespießt worden. Das ist aber nicht schlimm, denn ich hab Ohren. Digga, was geht ab? Tubo reagiert hier drauf und sagt, was? Oh, was? Oh, was? Digga, ist das Flow? Ich sag, oh, yes. Yes ist kein richtiges Wort, sagen sie. Oh, Mami. Ich ruf sie an. Sag, oh, Mann, Mann. Yeah. Schwer. Schwer. Ich bin ein Bär. Mal kurz resetten. Okay, ja. Ah. Ich fühle den Beat immer noch, ey. Langsam. Das ist exakt der Spot, wo ich... Oh, mein Gott. ...sein wollte. Nein, 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 nein. Okay. Er sieht den Tod ins Auge. Er sieht den Tod ins Auge. Wenn er abrutscht, dann... Okay, alles klar. Können wir hier einfach nur... Alter. Okay. Wenn wir einfach hier... Oh je, oh je. So fährt man doch nicht Fahrrad. Okay. Das ist einfach absolut nicht gut. Let's go. Okay, wow. Junge, wie knapp er sich immer davor abfängt. Okay. Warte, ich mach ganz entspannt darauf. Yeah. 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 Was geht ab, yo? Ich flipp hier rum. Ich bin ein Flipper und flipp... What the fuck? Was geht denn ab, yo? Okay, also. Da sollte ich wohl nicht reinfahren. Dann fahr ich damit halt hoch. Oh. Oh. Hä? Ja, okay. Okay. Wow. Übelst aufs Kinn. Los, Johnny. Los, Johnny. Okay, ich hab den nervigen Rucksack weg. So, und weg, weg. Nein. Oh, 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 oh. Schön in den Nacken. Wow, was geht ab? Was geht ab? Was hab ich getan? Wie... Entschuldigung, ich hab's wieder kaputt gemacht. Mein Arm liegt einfach da am Boden. Oh mein Gott, Alter. Das ist so hart. Oh, Jesus. Alles, alles okay. Wir kriegen das noch hin. Du und ich. Du und ich, Jeffrey. Okay. Ich hab's. Warte. Ich hab's. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin das Paddelboot, auf das man gewartet hat. Oh, 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 der Ball. Nein. Ey, kämpf noch. Ey, es ist ein Kämpfer. Alles gut. Okay, und... So, und dann so. Ach, verdammt. Oh, das tut so weh, Mann. Ey. Ja, genau so. Genauso geht das. Und er strahlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist es? Halt dich einfach. Oh mein Gott. Ich hab einfach seinen Kopf aufgetrennt. Das ist absolut nicht gut. Oh Gott. Sorry. So. Oh. Das ist heiß. Okay. Let's go. Hm. So. Dann kann ich mich mal aktivieren. Okay. Ach, Mann. Oh. Ich will einfach... Ich will Exit. Ich will Community Challenges. Ach, als ob. Play the Level. So. Ich spiel jetzt einfach den Editor unedited. Ja, nice. Heftigstes Level bis dato. Was geht hier? Da geht es einfach nur nach unten. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und... Einmal. Zweimal. Und... Reingehe die Luzi. Abgehe die Luzi. Einmal ein Backflip. Crap. Crap. Ich laufe einfach weiter. Ist egal. Ja. Weiter. Oh. Oh. Da kommen wir nach hinten. Da kommen wir nach hinten. Ich glaube an dich, Rüdi. Ich glaube an dich, Rüdi. Pack dir deinen... Oh Gott. Okay. Dann nochmal. So. Und... Super aufgekommen. Alles gut. Jetzt Backflip. Ah, verdammt nochmal. Wie machen wir denn geile Sachen hier hin? Ich will mal was Geiles haben. So. Depth. Ach, man kann auch weiter weg gehen. Okay. Hier sind Tees. Perfekt. So will ich das. Und jetzt, wenn ich Spiele mache, was ist das dann? Ja, super. Ja, der Editor ist auf jeden Fall, wie ihr seht, einfach zu verstehen. Ich würde jetzt hier nochmal gerne so ein Polygon machen. Äh, und das dann einfach ein bisschen drehen. Ja. Das ist... Jo. Okay. Let's go. Wupp. Ich habe ihm so einen Delfin gemacht. Ey, Mann, was ist es denn? Okay, ich mache es halt nie wieder. Alles okay. Ich will das Ganze nochmal neu machen. Exit. Oh, mach das mal bitte weg jetzt. Ich will, dass es verschwindet. Okay. Gut, jetzt ist das weg. Alles gut. Ich möchte wieder Start drücken. Okay. Kann ich einfach fahren jetzt? Okay, gut. Das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. Okay, die Maus ist im Bild. Alles entspannt bis jetzt. Okay, da muss man hoch. Auch kein Drama. Okay, shit. Und... Ach, halt's auf. Jetzt mit dem Anlauf von da unten. Gehen wir da ganz leid. Okay, ich mache es anders. Ich muss es anders machen. Ich mache jetzt meine Map, Bruder. Meine Map mache ich jetzt einfach, Bruder. Hä? Wo ist mein Polygon? Wo ist mein Polygon? Also das ist jetzt im Prinzip das Ganze. Das ist die ganze Mission. Die ganze Mission ist das hier. Dann haben wir noch Challenge. Und da ist nicht mal geile Mucke bei. Dann gibt es jetzt noch ein Outro-Rap. Wie sich das gehört, Leute. Okay. Ist das der Rap-Text von gerade eben? Ich glaube schon, ne? Yeah. Yeah. Okay. Das Video ist vorbei. Es war gut. Ich ziehe meinen Hut. Hab keinen Hut auf, sondern eine Mütze. Ich bin in der Rütze. Rütze ist ein belgisches Wort. Steht für Mütze da. Belgisches Wort. Ha. Ich belgehe dort. Tu-Bow reagiert wieder. Tu-Bow reagiert wieder. Macht er nicht. Nein. Weil. Ich hab zu wenig Klicks. Auch nicht schlimm. Dann schreibe ich halt einfach Mario Bartler. Denn der hat auch Probleme. nicht wie Mario Bartler. Ja. Oh mein Gott. Ist das jetzt alles? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Der Flow stimmt. Aber. Yeah. 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 Jetzt. Zum Ende nochmal das Beste. Denn der Code ist von Anthony Leste War ein Witz Der war von einem Russen der Code Deswegen hau ich jetzt mal ein paar Russen fort So muss das sein Ich glaube Ich suche ein Schwein Ein kleines Hausschwein ungefähr so groß Denn das gibt Klicks wie Palutens Videos Oh Oh Okay Leute haut rein Das Video ist vorbei Ist aber nicht schlimm Like mein Scheiß Und lass ein Abo da Guck mehr Videos Guck mehr Videos Mir fällt nichts mehr ein Tschüss